Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal bei Aeros Mania. Und wenn ihr denkt, diesen Kanal unterstützen zu müssen, dann lasst doch mal vorab schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. So, jetzt kommen wir zur Weekly Kiste, denn heute ist wieder der 12.05.2021 und wir haben natürlich mit unserem Mainshaw, den Schamanen, wieder eine Weekly Kiste erspielt. Beziehungsweise, ich glaube sogar, vielleicht zwei müssen wir mal gucken. Und mit dem Schurken wieder eine. Das heißt, es wird spannend, wir gucken direkt rein. Wir haben ein Twinket, äh Quatsch, ein Twinket, eine Armschiene bekommen. Die ist leider nicht so cool. Ich würde die aber, nein, ich nehme die nicht mit. Warum nehme ich sie nicht mit? Weil Mastery einer der nicht so guten Stats ist für uns. Denn im Mythic Plus brauchen wir Crit und Tempo und im Arrayed Crit und Versa als Main Stats von den Secondary. Als Main Stats, also als Primär Stats der Sekundaries. Und, äh, somit würde ich sagen, Stevia, auf geht's. Dann locken wir jetzt mal um. Warte mal, wir können ja gucken, was wir für den Schlüssel bekommen haben hier. War, wo ist er? Da ist er. Wir haben einen 18er Seuchensturz. Den werden wir jetzt spielen und, äh, hoffen, dass wir mal ein bisschen was reißen hier, ne? Vorher locken wir aber noch auf dem Schurken. Ungelockt auf unseren supercoolen Schurken Killerapfel. Warum meinte ich dieser Name? Das ist ganz klar. Als ich damals auf Menoros unterwegs war, gab's einen Hexenmeister. Einer der besten EU. Und der hieß Killer Tomate. Und da ich ja Killer Tomate nicht eins zu eins kopieren wollte, hab ich aus Killer Tomate, weil ich Obst mag, Killerapfel gemacht. Ich glaub, ich werd ihn nochmal irgendwann umnennen. In so was wie Shadow Step oder Backflash. Irgendwie so was. Oder irgendwas mit LOL, so. Boah, Kritt, LOL. Oder LOL, Kritt. Völlig, wie ist das? Okay. Wir gucken rein. Bei der Spezialisierung kamen wir Outlaw. Perfekt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir was Schöne drin haben. Wir haben halt einen Kopf. Und das ist ein sehr gutes Update, denn wir haben einen 171er Kopf getauscht gegen einen 226er mit Tempo und Mastery. Da freuen wir uns, da sehen wir uns. Das heißt, wir können jetzt mit dem Kerl auch endlich das Legendary erspielen. Das ist ganz cool, denn das brauchen wir, damit wir vom Item-Level her noch ein Stück höher kommen. Wir sind jetzt bei 190 und dank den Jungs krieg ich hier permanent High-End-Dude auf 226 hinterhergeworfen. Das ist ganz cool. Da freu ich mich. Da machen die Jungs gerade einen sehr, sehr feinen Job. Ja. In diesem Sinne würde ich euch empfehlen, äh, empfehlen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Öffnen eurer Kiste. Ich drück euch die Daumen, damit ihr wirklich vernünftigen Dudes draus habt. Und ich wünsche euch morgen einen sehr schönen, angenehmen Feiertag. Gehabt euch wohl, sauft nicht so viel. Denkt auch ein bisschen an eure Family und eure Frauen. Vernachlässigt ihnen zu doll. Wir werden übrigens morgen wieder Quad fahren gehen, schön modernen Peckwitz. Wenn ihr da mal was sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Hau ich es euch hier rein und dann könnt ihr euch mal angucken, was und wie wir so machen in unserer Freizeit. Bis dann. Ciao, Bella. Hallo, Bella. Schatz, hier dreht nicht wieder draußen Also eigentlich schon die ganze Zeit Nö, ungemütlich nicht, nur nass